Wieso denken die, äh, denken ich weiß nicht, was die schwarzen Bassball spielen können? Oh shit! Ein, ein, Captain! Kennt ihr diese Leute, die machen vor ihren Kollegen mal einen auf den? Pass auf, hör zu, hey! Ah, hör zu, hör zu, hey, listen! Ay, yo! Ficke mal die Amschers! Das ist kein Standard! Guck allein, Standard! Doch ist meine Kampffahrt Wursli-Style! Oh man, nein! Komm allein! Komm verteid! Aber in Wirklichkeit, wenn sie allein zu Hause sind? I came up like the webkeeper! Aaaaaaah! Was deine Freundin denken, wie du reagierst, wenn du Hahahaha schreibst? Wie du aber wirklich reagierst, während du Hahahaha schreibst? Simon? Ich bin schwanger. Mmmh! Oh mein Gott, ein Dinosaurier! Komm mal, ganz schnell! Simon? Kennt ihr das, wenn einer eurer Freundin euer Handy in der Hand hat? Hey, geil! Also, wir sind so hässlich, egal. Ich zeig euch mal ganz kurz, wie man Freunde findet. Hallo! Willst du mein Freund sein? Scheiße, man, kein Netz. Immer noch kein Netz. Scheiße, man, immer noch kein Netz. Kennt ihr das, wenn ein Kollege von früher wiedertrennt und ihr wisst nicht, wie ich hallo sein sollt? Hey! Hey! Alles gut bei dir? Hey! Alles gut? Ja! Irgendwas stimmt hier nicht. Extrem! Der Laden heißt Closed, aber er ist geöffnet!